Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir mal Bilder erraten und zwar nur 20 Bob-Bilder. Man hat immer nur 10 Sekunden Zeit und wir müssen zusammen 10 Bilder erraten. Los geht's! So, hier muss man mal gucken. Ich weiß ja, mal seht ihr, das ist das Ganze gerade und das ist das Ganze nicht gut. Aber das hier ist richtig. Das ist auf jeden Fall das Richtige und zwar die Unterhose auf. Das ist auf Höhe blün und dann wieder blün und dann ist es den Blau-Bau und Toki. So, hier wird es auch. Und das ist das Ganze auch von mir. Und, ähm, was ist denn hier? Ah, okay, okay. Ich schlafe hier. Einmal lila, einmal, ähm, ähm, rosa. Ich glaube, das Rosane ist wichtig. Mal gucken, ich guck. Also, ich bin kein SpongeBob-Fan. Aber egal. Ähm, hier. Äh, Leute, lasst mal gucken. Ah, die Schuhe hier. Einmal in weiß, einmal in rot. Ähm, ich kenne da eigentlich in weiß. Ich kenne das in weiß. Manchmal gibt es auch in rot, aber hier ist es in weiß. Ja, ja. Richtig pladen. Juhu. Balsch. Ähm, Leute, das ist eindeutig. Das ist das Richtige. Jetzt ist mal in grün und dann irgendwie so hier in blau. Das ist gar nicht falsch. Das ist richtig. Ja. Richtig. Ja. Ähm, nur noch fünf Bilder zu ragen. Das ist natürlich richtig. Das war eindeutig. Oh, blöd bin ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ist das hier das Richtige. Und zwar die Fehler. Der hat einmal, oder? Ich glaube, das ist das Richtige. Ja, das ist das Richtige. Hm? Und dann ist das Richtige oder das? Also, da bin ich mir nicht sicher. Ja, das war eigentlich richtig. Und ich habe beim ersten Mal falsch. Und dann wieder richtig. Hm. Das ist das Richtige, weil wir kennen ihn ja alle. Die Bröse. Ja, und ähm. Ja, irgendwie Augenbrauen. Oder eben keine Augenbrauen. Das ist richtig, das ist falsch. Ja, wusste ich doch nicht. Ähm, das ist hier einmal, hier, da. Ah, das ist einmal ein dunkelblau. Das ist, ich glaube, das ist richtig. Ich kenne mich da nicht, wenn ich so gar nicht mag. Das pink ist rot. Dann hier eine rote Schuh und dann eine falsche. Ja. Was ist das dann? Ich kenne die Figur. Ich bin kein Spunstropfen. Also, erstmal die Augenfarben. Grün, blau. Da hat man halt blaue Augen. Und grün. Deswegen ist das richtig. Backen hat einmal so eine Hautfarbe. Und einmal so ein rot. Die Kraftfarbe. Die Kraftfarbe. Und dann noch die Socken. Aber in die Farbe. Das war's eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.